Warum wir auf Referenzen verzichten, beziehungsweise sie nicht so dominant in den Vordergrund rücken, dafür gibt es eine einfache Frage. Ich stelle Menschen, die mir diese Frage stellen, gerne eine Gegenfrage und Sie oder du, lieber Zuschauer, vielleicht möchtest du die Frage beantworten. Wie erklärst du dir eigentlich, dass viele Unternehmen und Verkaufstrainer überhaupt nur noch neue Kunden gewinnen, weil sie überhaupt nur noch über ihre Referenzen wahrgenommen werden? Wie erklärst du dir, dass viele überhaupt nur noch verkaufen, gerade weil sie Referenzen in den Vordergrund schieben? Ist es nicht so, dass ein gutes Produkt keine Referenzen braucht? Ist es nicht so, dass ein gutes, ehrliches Produkt die Möglichkeit gibt es vorher ausgiebig zu testen in einem Gratistraining, damit der Kunde nicht die Katze im Sack kauft? Welche Bedeutung haben Referenzen, dicke Logos, Clubmitgliedschaften, sonstige Auszeichnungen, die sich Vereinigungen und die Mitglieder, die sie gründen, selbst aushändigen, wenn doch die Qualität stimmt? Wenn ich keine Angst haben muss, auf Herz und Nieren getestet zu werden und nicht die Referenz und das Logo eines Konzerns missbrauche, um von meinen eigentlichen Fähigkeiten abzulenken? Ich denke, Rolex ist ein gutes Beispiel. Bei Rolex oder Louis Vuitton oder Miele gibt es Leistungsversprechen. 20 Jahre, lebenslange Garantie. Kein Verkäufer von Rolex würde auf die Idee kommen, die Garantie als Hauptmerkmal zu prostituieren, sondern das Produkt ist gut und das braucht keine Garantie. Und wenn doch einmal ein Kunde nicht ganz zufrieden ist, wird alles in der Macht Stehende getan, damit er zufrieden wird. Und wenn es nicht gelingt, darf er das Produkt auch zurückgeben. Reparaturen werden kostenfrei erledigt. Oder er darf ohne das Opfer von Fallstricken, AGB-Schlingen oder sonstigen Paragrafen das Haus verlassen. Und diese Eigenschaft, dass viele Firmen auf die Referenzen schielen, ist möglicherweise der Tatsache geschuldet, dass ihnen nicht die Gelegenheit gegeben wird, eine ausgiebige, eine wirklich aussagekräftige Kostprobe nehmen zu dürfen. Vielleicht wären viele meiner Kollegen nicht da, wo sie heute wären, wenn sie ihre Referenzen einfach beiseite schöben. Denn eine Frage muss ich Ihnen auch noch stellen, muss ich dir, lieber Trainingsteilnehmer, auch noch stellen. Bedeutet das, wenn du auf meiner Webseite das Logo eines großen Konzerns siehst, dass ich auch automatisch dir die gleiche Verkaufsliebe gebe, die gleiche Trainingsliebe, dass ich bei dir genau den gleichen Erfolg zu erzielen imstande bin und beabsichtige, dir mit dem gleichen Engagement zu begegnen. Oder ist es nicht vielmehr das Ausruhen auf Lorbeeren, schau mal, ich war da und da und da, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ich gut genug bin, sondern nur, ob du glaubst, dass ich gut genug bin. Diese Frage kannst du dir vermutlich selbst am besten beantworten. Möchtest du meine beste Referenz sein oder der andere Konzern?